Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Recap, zur zweiten Folge der ersten und vermutlich letzten Staffel von The Penguin. Eine Serie, eine Dramaserie im Mafia-Milieu, angesiedelt bzw. angegliedert an den Batman-Film von Matt Reeves. Und auch heute ist hier wieder die Creme de la Creme der Batman- und Comic-Fans dieses Landes zusammengekommen. Und diesmal auch vollzählig, denn er ist zurück aus der Lazarus-Grube, frisch auferstanden aus dem Paradies und nun erstmalig auch mit am Starten. Moinsen, Maurice! Hallo, ich bin auch am Start. Und klingst, als hättest du noch eine Lazarus-Grube nötig irgendwie. Ja, ich bin natürlich wie jeder gute deutsche Urlauber, komme ich natürlich mit einer Grippe zurück aus dem Urlaub, damit ich nicht arbeiten muss morgen. Voll gut. Ebenso am Start direkt aus der Betthülle importiert. Gut gelaunt, gut gestärkt und sowieso total toll. Moinsen, Heiko! Hey, hallo, ich bin gut gelaunt. Selbst schuld. Nein, wie kann man denn nicht gut gelaunt sein, wenn man mit zwei so netten Herren den Abend verbringen darf? Es ist schon sehr spät, werter Zuhörer und werte Zuhörerin, aber wir geben unser Bestes. Ich bin der Andi und ich begrüße euch, liebes Publikum, herzlich hier im Vorstand von Wayne Enterprise. Wir wollen uns heute über die aktuellen Geschehnisse in Gotham City unterhalten und ich bin mir sicher, dass wir das besonders fluffig hinbekommen. Ich freue mich außerdem über das zahlreiche Feedback, das wir bestimmt bekommen haben werden, wenn ihr das erste Recap zur ersten Folge gehört habt, dass noch mit Heiko im Doppelgespann aufgezeichnet worden ist von mir. Da ist jetzt also schon die erste Folge erschienen, die zweite Folge ist am 30.09. rausgekommen und ihr kriegt diese Ausgabe hier ganz frisch frühmorgens schon zum Runterladen-Angebot. Denn ihr könnt sie euch bereits jetzt anhören. Die Folge ist noch gar nicht richtig da und ihr könnt schon die Recaps hören. Ist es nicht toll? Es hat einen ganz einfachen Hintergrund, denn wir zeichnen dieses Recap hier circa einen Monat vor offiziellem Release der Serie auf, denn wir haben die ersten fünf Folgen vorab bekommen und gucken aber immer nur eine Folge nach dem anderen und machen zwischendurch immer die Recaps, lassen uns selbst nicht spoilen und können so ein bisschen spekulativ auch in die Serie reingehen und vor allem auch richtig viel rumnerden. Und richtig viel rumnerden werden wir heute auf jeden Fall auch, denn Maurice hat noch einiges zu ergänzen. Ich möchte allerdings noch eine Korrektur fürs letzte Mal kurz droppen, der Vollständigkeit halber soll erwähnt werden, dass wir hier immer von Oswald Cobblepot gesprochen haben. Und Oswald Cobblepot ist natürlich der richtige, vollständige, offiziell, total legale Name von dem jungen Mann, um den es in dieser Serie geht, zumindest in den Comics. In der TV-Serie heißt er, zumindest laut den Presseinformationen, die uns vorabgegeben worden sind, nur Os Cobb. Also Os wird schon die Abkürzung für Oswald sein, aber Cobb und nicht Cobblepot. Also das Pillpot am Ende fehlt quasi in dieser Interpretation der Figur. Bam! Ja, und dann können wir auch schon ganz schlau drüber nachdenken, wie wir jetzt eigentlich starten wollen. Ich würde gerne erst mal das Wort an den lieben Maurice abgeben und dann die Moderation hier mal einstellen und dann gucken, wo der Hase hinläuft. Maurice, du hast die erste Ausgabe vom Recap auch gehört und vermutlich ein paar Ergänzungen. Sag mal was. Ja, kennt ihr diese Situation, wenn man sich so Sachen anhört und die ganze Zeit, da würde ich auch so gerne was zu sagen, aber man kann halt nicht, weil man nicht da ist. Genau, also erst mal tut es mir leid, dass ich euch erst mal im Stich gelassen habe in der ersten Folge. Ich musste leider im Pool sitzen und hier Pina Coladas trinken, aber ohne Alkohol, weil ich hatte meinen Sohn dabei. Aber es war erst mal sehr schön, euch zuzuhören. Und was ich sehr spannend fand, war ja diese typische Frage oder der Satz ist oft gefallen, dieses Mein Batman. Und das ist ja auch was, was man online immer liest. Und ich finde jetzt so vorab, wenn man sich so die Serie mal anguckt und auch als ihr über den Film The Batman gesprochen habt, ist so, wo befindet sich diese Serie und für wen ist die Serie? Ich glaube, als wir so mal einfach nur im Chat darüber geschrieben haben, über die Zeitstrick-Serie The Caped Crusader, war ich ja einfach so, für wen soll diese Serie bitte schön sein? Sie sieht genauso aus wie The Batman Adventures. Sie ist schlechter animiert als The Adventures und sie ist irgendwie geschrieben, ohne einen echten Tiefgang, macht aber einen auf hart. Und das ist ja, finde ich, bei Batman als Verkörperung der Kommerzialisierung des Superheldentums ja eh immer so eine große Frage. Jetzt haben wir diese The Pinguin-Serie, die ja auch aus irgendeinem Grund den Namen von, also es ist ganz wichtig, dass er halt nicht Oswald Cobblepot aus irgendeinem Grund jetzt heißt. So, warum auch immer. Und ähnlich wie, was Heiko schon gesagt hat, bei seiner Rezension zu The Batman, es ist ja alles sehr edgy, sehr düster und ich fand, die Serie hat sehr gut angeknüpft, also hat das sehr gut eingefangen und du hast ja auch gesagt, Andi, dass du es magst, dass das alles so ein bisschen edgy ist. Aber meine steile These ist ja, dass wir dank Frank Miller nie mehr eine Filmadaption von Batman kriegen können, die sich traut, ein Superhelden-Comic zu sein, sondern immer ein Übertrumpfen des Vorwerks ist von jemandem. Christopher Nolan hat alle fantastischen Elemente rausgeschnitten, die Schuhs da reingebracht hat und hat halt versucht, ja, wir machen jetzt einen Geheimagenten-Batman, der eigentlich James Bond ist und nach dem ersten Film nichts mehr an Charakter übrig lässt für den Bruce Wayne und jetzt haben wir halt bei The Batman ist der Riddler nicht irgendwie jemand, der super klug ist, sondern ein Incel, der halt einfach im Internet zu lange auf 4chan gesurft ist und halt Terroranschläge macht. Also alles ist on edge und ich finde, das ist ja bei der Serie auch so, dass Oswald ist eigentlich, fühlt sich so an, wenn man die Serie guckt, wie Better Call Saul oder die Sopranos, halt nur was wäre, wenn es jetzt noch edgy wäre, weil wir machen ja eine Comic-Interpretation, trauen uns aber bloß nicht, irgendwie comic-mäßig zu sein. Es darf nichts drin sein, was zu sehr sich anfühlt wie, das hat ja einen Hintergrund in einem Superhelden-Comic. Versteht ihr vielleicht, wie so mein Vibe ist, als ich die Serie geguckt habe? Ich weiß nicht. Ja, absolut. Ich würde schließen so ein bisschen an die Frage an, ob es überhaupt diesen Batman-Bezug braucht. Das hatten wir auch in Ansätzen ja versucht, beim letzten Mal schon anzusprechen. Wäre die Serie in der Form nicht genauso möglich, wenn man einfach nicht sagen würde, oder es basiert oder es schließt an an den Batman-Film? Wenn man einfach sagt, es ist quasi die Aufstiegsgeschichte eines Mafiosi in einer New York-ähnlichen Stadt. Wäre das nicht auch dasselbe in Grün eigentlich? Braucht es überhaupt diesen Batman-Bezug, um diese Art von Geschichte zu erzählen? Und das denke ich, aktuell nehme ich nicht. Es braucht diesen Batman-Bezug, damit wir einen Podcast drüber machen. Absolut. Das ist der Grund Marketing, genau. Nee, tatsächlich finde ich auch, also um schon mal ein bisschen vorwegzugreifen, jetzt haben wir ja zwei Folgen gesehen und der Eindruck der ersten Folge hat sich bei mir noch verstärkt. Das ist natürlich eine Crime-Serie, das ist eine Mafia-Geschichte und wie du eben schon gesagt hast, Maurice, sie versuchen ja wirklich, sie sind ja so, es ist ihnen fast schon so peinlich, dass sie sogar Oswald Cobblepot, diesen etwas lächerlichen Namen Cobblepot, in Cobb ändern müssen. Damit man bloß irgendwie so diese etwas Peinlichkeit von so einem Schmuddel-Comic noch irgendwie abschleifen kann. Also das würde mich schon fast aggressiv machen, wenn ich schon, wenn das nicht schon im Endeffekt die Sequel-Serie zu The Batman wäre. Und es gibt ja auch einige Sachen, die ich an der Serie auch mag. Ich kann es auch total akzeptieren, dass wir so einen Pinguin bekommen. Wir bekommen ja auch gleichzeitig einen Joker in einem zweiten Joker-Film, also hier dem Joaquin Phoenix Joker, der ja auch barely irgendwas mit dem Comic-Joker oder irgendwelchen vorherigen Interpretationen zu tun hat. Also wir sind offensichtlich... Wie viel krasser das ist, dass Harley ja nichts mehr mit ihrer Comic-Origin zu tun hat zum Beispiel, obwohl das ja sich als eine der Sachen etabliert hat, wo man sagen muss, das hat voll gezündet. Das brauchte das eine Veränderung, ist ja für mich immer die Frage. Aber sorry. Wo genau meinst du das jetzt, diese Veränderung? Meinst du jetzt in der Caped Crusader-Serie, meinst du jetzt oder was? Ne, ne, ich meine das, was man jetzt schon weiß über die Lady Gaga Harley Quinn, also dass sie halt nicht... Ach, ah ja, okay. ...in dieses Rabbit Hole fällt, dass sie halt selber Psychiaterin ist und den Joker halt eben versucht zu heilen und dann dadurch aber erst merkt, dass sie in einer Zwangsjacke der Gesellschaft steckt, die er ihr abnimmt und dadurch lässt sie dann auf einmal ihrem innersten freien Lauf, sondern... Ja, aber wir haben den Film noch nicht gesehen, ich will noch nicht judgen, aber es war direkt schon so, so, ah, warum muss alles immer anders sein als die Vorlage? Also ich bin kein Fan davon, wenn man eine 1 zu 1 Adaption macht, aber wir haben hier Comic-Historie von über 80 Jahren teilweise und alle fühlen sich immer dazu berufen, ey, wisst ihr was, ich mach jetzt Batman, aber ich mach den so, wie ich den machen würde, aber keiner überrascht mich mit einer Interpretation, wo ich sagen würde, boah, krass, die ist so smart und gleichzeitig im Kern so herzlich und gut, also das ist ja was, also, sorry, ich hab Heiko jetzt voll das Wort gestohlen, aber wenn wir uns mal Guardians of the Galaxy angucken, hat James Gunn damals die Guardians genommen, die echt jetzt alles andere als eine super spannende Comic-Reihe war, die gibt's ja auch schon relativ lange in verschiedenen Konstellationen, aber hat's irgendwie geschafft, dass der Kern des Comics immer noch derselbe ist, aber halt seinen eigenen Twist drauf gebracht, ohne, dass halt die Seele verloren gegangen ist, ähnlich auch bei dieser, One-Piece-Live-Action-Verfilmung, da sind viele Sachen sehr weird, das Budget schwankt von links nach rechts, aber der Herz der Begeisterung und dieser Wholesomeness ist halt drin geblieben und irgendwie kriegt man das voll oft bei Superhelden nicht hin und bei DC, gerade bei Batman, tun sich alle mega schwer, weil wir einfach Frank-Miller-Leser nur als Regisseure kriegen, weil Frank Miller hat zwei Geschichten geschrieben und eine davon ist die beste, die er geschrieben hat und die andere ist die schlimmste und die beste ist natürlich Batman Year One und die schlimmste ist The Dark Knight Returns, was halt für immer die öffentliche Wahrnehmung da muss ich nicht unterbrechen, tut mir leid, tut mir leid, die schlimmste ist Dark Knight Strikes Back, den habe ich gerade unterschlagen. Ja, da reden wir nicht drüber oder Holy Terror, was dann so quasi ein Batman-Spin-Off war, wo dann DC im letzten Moment gesagt hat, wow, du bist fucking racist, Alter, du darfst Batman nicht irgendwelche Muslime töten lassen. Ja, natürlich, also ihr versteht auch, was ich meine, ne, also das ist so, wir haben halt alle Regisseure, die sich immer an Batman versuchen in den letzten 15 Jahren, zitieren immer Frank Miller und ich kann es nicht mehr sehen, weil Frank Miller eigentlich der langweiligste Batman-Autor war, weil er halt nichts Krasses gewagt hat eigentlich in seiner Erzählung. Nenn doch mal ein Positivbeispiel, wo das vielleicht anders war. Ich weiß, dass du die ganz aktuellen Batman-Sachen auch gelesen hast, weil ich sie dir geschickt habe zum Beispiel und da war ja, also das finde ich auch so mega absurd, ich fand Tom King mega absurd, ich kann da nicht rein, sorry. Was ist denn für dich eine gute Version von Batman? Also, der natürlich nicht eins zu eins kopiert werden kann in das Medium Film, ist das, was Grant Morrison versucht hat zu machen mit Batman, dass er halt eben das Popkulturelle von Batman ganz bewusst thematisiert, aber in den Mythos Batman einwebt, aber das klingt jetzt mega kryptisch, aber Grant Morrison ist so jemand, der schämt sich nicht dafür Comics zu schreiben, der zelebriert das und was er halt nimmt, ist, wenn es halt eine Batman-Geschichte gab, dass Batman mal im Weltall ist, dann versucht er das zu erklären, wie Batman denn damals im Weltall sein konnte, obwohl die Technologie dafür nicht da war. Und was wir halt immer, was beim Realverfilmung für mich immer das Ding ist, bei Superhelden ist, kann im selben Universum auch Superman existieren, kann da auch ein Green Lantern sein und ein Flash und wenn die alle gleichzeitig auftauchen, würde das lächerlich aussehen. Und bis jetzt muss ich halt sagen, das hat halt Zack Snyder überhaupt nicht auf die Kette gekriegt, aber das ist ja schon zu Tode getrampelt, das Pferd, der kann ja jetzt noch 16 verschiedene Directors Cut von seinen Scheißwerken machen, aber ein anderer guter, Tom King hat zum Beispiel den Charakter Batman gut verstanden, aber eine sehr schlechte, sehr schlechten Comic Run gehabt. Also er hat nämlich das Trauma von Bruce genommen und darüber versucht zu schreiben, wie heilt man eigentlich Trauma und wie kann man Trauma überhaupt bekämpfen? Und das kriegt er halt in den Comics, der Batman halt auch nicht hin, ganz bewusst, aber er hat sich halt den Charakter genommen und einen Anfang und ein Ende für seine Storyline gehabt und zwar nämlich der Tod von Bruce Wayne. Also das, und wie banal Bruce auch stirbt, nämlich an Krebs. Und was hat er auf dem Weg dahin denn gelernt und was nicht? Und das hat er schon gut gekriegt, Tom King. Aber ich bin natürlich großer Tom-Taylor-Fan, was heißt natürlich, aber der traut sich halt Comics zu schreiben und die Comic-Wurzeln zu feiern. Und hier Patrick Gleeson und John Tomasi waren halt ein geiles Kreativteam. Die haben richtig geile Batman-Stories geschrieben. Mit den Kids meinst du das, was sie geschrieben haben? Die haben auch Super Sons gemacht, aber es gibt halt auch einen geilen Batman-Run. Und natürlich, ey, Paul fucking Daini. Man hat's ja jetzt gesehen, wenn man Bruce Timm alleine auf Batman loslässt, was da wieder abgeht, dann ist natürlich wieder Barbara Gordon auf einmal die Love Interest. Okay, aber wir reden zu viel über anderen Kram. Aber ja, ich will einen Batman, der sich trotzdem in der Familie zu haben. Okay, mich würde interessieren, weil du jetzt ja, wir haben ja in der letzten Folge auch schon mal anklingen lassen, dass die Figur von Batman sich ja, die ist ja flexibel, gab ja in den letzten Dekaden unfassbar viele Interpretationen. Gibt's denn in Live-Action irgendeinen Batman, der dir gefallen hat? Oder was ist dein, von all den Interpretationen, die wir jetzt in Film und Fernsehen bekommen haben, was ist so der, den du noch am liebsten magst? Ich würde so ein Amalgam, das ist kein Wortspiel auf die Crossover-Serie, mir wünschen. Und zwar hätte ich gerne das Gotham City von Tim Burton, weil das ist nämlich auch was, was viele nicht hinkriegen, Gotham City zu einem Akteur zu machen. Ich hätte gerne den Bruce Wayne von Nolan und den, ich glaube auch den Batman von Tim Burton ohne, also mit besseren Kampfchoreos. Aber das liegt halt auch einfach an diesem Gummikostüm. Aber auch in den Nolan Filmen waren ja einfach die Action-Sequenzen leider immer sehr shitty. Aber ich will halt einen Batman haben, der halt dieser Mythos Batman ist und das hat ja The Batman auch ganz gut hingekriegt. Ich fand die ersten zehn Minuten von The Batman fantastisch. Dass man einfach immer gedacht, oh jetzt gleich kommt er aus dem Schatten, ne? Jetzt kommt er aber aus dem Schatten. Nee, er kommt aber nicht. Also dass man halt, der Film hat das perfekt hingekriegt, aber dann ist so, hm, okay, wir nehmen jetzt den Riddler. Was können wir am Riddler denn machen, dass der nicht albern ist? Und dann so, ey, meine Güte, ihr habt ja auch über Goffin die Serie geredet und die hat ultra viele Flaws, ne? Also unabhängig davon, ob da jetzt irgendwie Jada Pinkett Smith mitspielt oder sonst was. Fürchterlich. Die hat halt aber verstanden, wie Edward Nygma funktioniert. Als jemand, der in einer Gesellschaft lebt, die so toxisch maskulin ist, dass Intelligenz nicht gewertschätzt wird. Und er wird immer von allen verlacht, bis er halt anfängt, Leute in schlimme Fallen zu locken. Und auch Arkham Asylum, die Games, die sind nicht fantastisch geschrieben, aber die haben sich halt getraut, alle Bösewichte, oder fast alle, zum Beispiel Bane haben die total verkackt, aber viele haben sie echt richtig gut hingekriegt und halt einen der besten Joker haben sie halt gehabt. Und, ähm, weil die haben sich getraut, relativ comic accurate zu sein, aber trotzdem realistisch und gritty zu sein. Also es war ja nicht so, dass man irgendwie, nachdem man gegen einen riesen Clayface gekämpft hat, dann den Tod vom Joker nicht mehr ernst nehmen konnte. Sorry, falls ich jetzt euch Arkham die Serie gespoilert habe, aber die ist schon echt lange draußen. Aber, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Games gezockt habt, aber ich fand, ja klar, die hatte halt relativ gut dieses Feeling aus den Comics genommen und die halt in die Hand gegeben. Und darum geht's mir, wenn man halt etwas für ein Medium interpretiert, wieso schämst du dich für das Source Material? Und dass halt der Pinguin, so wie er da jetzt aussieht, also erstens ist er jetzt halt einfach super generisch, so irgendwie entweder so ein Jersey- oder Italo-Mafia-Dude, so, anstatt halt das zu nehmen, was in den Comics ist. Der kommt halt aus der Familie, die gegen die Waynes verloren haben. So die, das Spannende an Pinguin ist, dass es halt einfach, die hätten eigentlich Gotham besitzen sollen, aber die Waynes waren halt einfach schneller und korrupter und besser. Und seine Familie wird immer im Schatten der Waynes stehen, so wie er sein ganzes Leben lang im Schatten steht und er hat halt diesen Mami-Komplex, die halt einfach als einzig ihn lieb gehabt hat, während er halt die ganze Welt auf ihn herabgeschaut hat. Und das versucht die Serie auch so ein bisschen, macht es aber so, indem sie einfach eine 0815-Mafia-Serie wird. Also es fehlt halt, dass du irgendwie einen Harvey Dent auftauchen lässt oder warum kommt nicht, was halt super gepasst hätte mit dem GCPD-Officer Harvey Bullock vor. Also nimm doch die 80-Jahre-Geschichte DC und benutze sie doch für deine scheiß Serie, Alter, anstatt 15 neue Charaktere dir auszudenken und caste nicht, das ist er in der Serie jetzt korrigiert, den Typen aus Transformers, der über Pipi und Kaka redet, als Falcon. Sorry. Ja, und John Turu ist schon ein sehr guter Schauspieler. Der hat schon eine Range. Also Transformers ist nicht das Einzige, was er gemacht hat. Ey, Seven Rims war super, aber er ist halt für mich seit diesem Transformers-Auftritt, der hat das schon, also es war für mich Karriere-Suicide, aber ja gut. Ja, ich möchte nochmal ganz kurz sagen, ich liebe es, wie ich dich gefragt habe, welche von den Live-Action-Verfilmungen dir noch am besten gefällt und es endet damit, dass du sagst, ja, die Videospiele sind super, aber ehrlich gesagt, das ist ja auch nur folgerichtig, wenn man einen Game-Designer fragt. Aber schön, dass wir schon den Bogen gespannt haben zur Serie. Ja, jetzt frag ich mich natürlich, wo du dann ja auch The Batman gesehen hast und ich hab mal kurz eben gegoogelt, der hat, je nachdem, welche Quelle man fragt, ca. 770 Millionen US-Dollar eingespielt, also ist schon extrem erfolgreich gewesen, auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass das mit 2022 natürlich ein Jahr war, wo das, sag ich mal, mit dem Kino gucken erst wieder so richtig losging. Und da frag ich mich natürlich, was für eine Erwartungshaltung hattest du, die stelle ich auch vielleicht mal in die Runde die Frage, lieber Maurice, was hattest du für eine Erwartungshaltung gegenüber The Penguin? Was hattest du dir gedacht, nachdem du den Film gesehen hast? Was denkst du, was hast du erwartet? Das habe ich jetzt dreimal gefragt. Ich glaube, die Frage ist deutlich. Ich versuche auch diesmal, meine Rants echt zurückzuschrauben. Ich hatte jetzt sehr viel Redeanteil, aber ich finde halt, im Optimalfall, wenn es ein Spin-Off zu einem Film gibt, siehe die Peacemaker-Serie zu The Suicide Squad, nimmt das etwas aus dem Film, was man richtig gut fand und baut das Universum weiter auf, dass man richtig Bock hat, dass es noch mehr davon gibt. Und das war halt bei Peacemaker, haben sie eigentlich den sympathischsten Charakter genommen aus The Suicide Squad und eine Serie geschrieben, die mich total überrascht hat und die halt sich getraut hat, Ecken des DC-Universums aufzumachen, die halt ein Zack Snyder niemals hingekriegt hätte, sondern halt irgendwie gesagt hätte, ja, ich habe noch eine Post-Post-Post-Post-Credit-Scene irgendwo versteckt im Internet. Sondern er hat einfach, nee, nee, es gibt jetzt auch noch den Judo-Master oder was auch immer. Es gibt irgendwelche Charaktere, die super obskur sind, aber alle sind Comic-Accurate zu einem gewissen Grad und cool umgesetzt. Und bei The Penguin hätte ich halt gedacht, cool, ich sehe noch mehr von Gotham, weil ich fand in The Batman Gotham besser als bei Nolan, weil das war halt einfach nur, weiß ich nicht, Chicago, Detroit, keine Ahnung. Es war super generische Skyline, hätte jede geile Metropole der Welt sein können. Aber deswegen, ich finde halt an der Serie mal kurz jetzt die guten Sachen, das Handwerkliche, so die Bildausschnitte, die Kamera ist nicht schnell, die Kamera ist scharf eingestellt. Es gibt sowas wie Farben, auch wenn die natürlich sehr düster sind und so. Aber es ist halt sehr nah am Kinofilm. Also es wirkt nicht so wie so, ah, okay, und jetzt mit einem Drittel oder mit einem Drittel, mit einem Hundertstel des Budgets müssen jetzt irgendwie eine Serie rauskloppen. Ich will halt mehr von dem Universum sehen, aber The Pinguin war nicht der spannendste Charakter in The Batman und es war halt für mich eine Odd-Choice, sich jetzt auf den zu fokussieren, als alleiniger Akteur, weil die Geschichte schon hundertmal erzählt ist. Ein Underdog, der versucht, sich nach oben zu kämpfen. Ja, aber man hätte ja auch eine andere Geschichte erzählen können oder oder man könnte die Geschichte noch so variieren, dass sie halt wirklich ein bisschen Batman-spezifischer ist. Ich hatte tatsächlich auch eigentlich damit gerechnet, dass sie das jetzt nutzen, um mehr so die die C-Riege an Villains, die so zu interpretieren, wie sie in diesem Batman-Universum aussehen könnten. Also, dass wir wirklich, keine Ahnung, nochmal so ein Firefly oder sowas oder so ein Anarchy oder irgendwie so ein paar Figuren, die jetzt auf jeden Fall nicht vorkommen werden im nächsten Matt Reeves-Batman-Film, dass man aber versucht so, okay, wie ist die realistische oder The-Batman-Interpretation, von diesen Typen in diesem Universum. Und ich habe das Gefühl, wir sind zwar erst zwei Folgen drin, aber mein Fledermaus-Sinn sagt mir, dass wir das nicht sehen werden. Also, dass wir vermutlich so gut wie gar keine andere Batman- oder Gotham-Figur in dieser Serie treffen werden. Und ich habe noch in der ersten Folge gesagt, ich bin mir sicher, dass irgendwann mal Robert Pattinson zumindest auftaucht oder irgendwie Batman von hinten gezeigt wird. Und auch jetzt, jetzt muss ich sagen, nach der zweiten Folge, wo auch wieder mit keinem einzigen Wort überhaupt die Existenz von Batman erwähnt wird oder von irgendeinem Vigilante, ich glaube, sie klammern ihn komplett aus. Ja, und auch, es gibt jetzt die Confirmation ja sogar vom Produktionsteam, die ja gefragt wurden, ob halt Pattinson einen Gastauftritt hat und haben definitiv gesagt, nein. Kann natürlich halt auch über Tarrying sein, dass sie es jetzt bewusst sagen, damit man überrascht ist, dass was kommt. Ich glaube nicht, ich glaube, die wollen schon mal die Erwartungshaltung ein bisschen runterschrauben. Ja, und ich finde halt das so krass, weil der Film von, was ich mochte, am Ende von The Batman ist, dass wir es mit einem optimistischen Batman zu tun haben. Also jemand, der mit dem Trauma über sich hinauswächst und ein Verhaltensmuster durchbricht. und er tritt ja vor Publikum und irgendwie wird die ganze Zeit nur von diesem Riddler-Terroristenanschlag geredet, aber nicht, dass da halt ein Typ ist, der halt einfach den Riddler erstens gestellt hat und zweitens halt dann noch bei der Evakuierung und allem möglichen geholfen hat. Also es wirkte nämlich so, jetzt ob Gotham auch einen Lichtblick hat jetzt und keiner redet davon, von wegen, ey, wir können da und da nicht langfahren, das ist Bad Territory oder so. Der allerersten Szene, der allerersten Folge, da taucht es ganz kurz auf. Wir haben diese Berichterstattung und da wird kurz resümiert, dass da diesen Kampf in diesem Stadion, glaube ich, war es, gab und dass da auch ein Batman oder was ähnliches da gewesen ist. Das wird da schon resümiert, eben weil er auch dabei geholfen hätte, Geiseln zu, nicht Geiseln, Opfer quasi zu retten. Aber das war alles. Also unsere ProtagonistInnen selbst, die sind da in keinster Form von scheinbar tangiert, obwohl konkret jetzt der Pinguin ja wirklich auch sehr direkt die Erfahrung mit ihm gemacht hat. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass die einfach nicht wissen, was Matt Reeves, oder was sie wussten nicht, als die Serie geschrieben haben, was Matt Reeves überhaupt vorhat mit Batman im nächsten Film. Ob der überhaupt noch, ob der jetzt eine Pause macht, ob der direkt weitermacht. Ich glaube, die hatten 0,0 Informationen. Und deswegen erwähnt der Pinguin nicht mal, dass dieser Typ noch existierte oder dass es vielleicht ein Problem wäre, wenn man jetzt Drogen schmuggelt und der noch weiter patrouilliert, weil sie vielleicht einfach nicht auf keinen Fall dem Kanon, der da noch kommt, widersprechen wollen. Es ist trotzdem ein bisschen unbefriedigend, finde ich, so als Zuschauer, dass es halt komplett ignoriert wird. Ja, das wäre wieder in diesem Anfangs des MCUs Problem mit Agents of S.H.I.E.L.D. und so, so keiner weiß wirklich, was der Plan ist. Deswegen machen wir mal so ein bisschen, halten uns aber alles offen und bloß nicht auf irgendwas committen. Oh, ey, ich kann... Man kann ja eigentlich nur hoffen, dass sie wirklich ein bisschen freier sind, dass innerhalb der nächsten Folgen dann noch ein bisschen mehr Spielräume genutzt werden und diese letztlich geschaffene Distanz zum... Das ist ja nicht mal das Hauptuniversum, sondern das Nebenuniversum von DC, in dem Fall das Matt Reeves-Verse nennen wir es mal, dass er halt diese Distanz nutzt, um vielleicht wirklich was zu erzählen, was ein bisschen heraussticht und vielleicht auch künstlerisch ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen was wagt vielleicht auch. Das ist ja eine Hoffnung, die man letztlich ein Stück weit damit verbinden kann, weil so wie es zum einen natürlich ein Problem gerade für Fans sein dürfte, dass eben genau diese ganzen Querverweisungen und Bezüge aktuell zumindest nicht der Fall sind oder nicht vorkommen. Es ist andererseits natürlich auch eine Chance, auch ein Publikum zum Beispiel zu erreichen und auch nicht abzuschrecken, dass hier eben eher so aus dem mainstreamigeren Bereich kommt und vielleicht gar nicht so die Anknüpfpunkte zu den Comics hat, die eben nichts damit anfangen kann, dass diese Protagonistin hier auch mal als Hangman bezeichnet wird und so. Wir hatten es im letzten Recap auch kurz zum Thema gemacht. Vielleicht ist das so eine Hoffnung, die sich daraus ergibt, dass das aktuell vielleicht nicht der Fall ist und dass es unter Umständen doch einfach nur die nächste Serie wird, die so ein bisschen eben, Maurice meinte, x-mal erzählte Aufstiegsgeschichte eines Underdogs sein könnte. Das ist eine Gefahr. Die gibt's, aber das werden wir letztlich jetzt nach der Staffel wirklich beurteilen können. Ja, aber wenn wir ja dann uns mal die Folge jetzt konkret anschauen, haben wir ja einfach über jeden Charakter, der ja so ein bisschen introduced wird, ein bisschen mehr erfahren, aber auch nicht auf so einem Level. Ihr hattet das ja am Ende der letzten Folge ja so ein bisschen resümiert. Es fehlt so ein bisschen der B-Plot oder ich weiß gar nicht, was der korrekte Begriff ist, da kann Heiko mich gleich korrigieren, aber mir fehlt so die overarching Mystery, die Puzzlebox, dass so ein, oft ist es ja so, dass wenn so eine Serie startet, dass es so ein Mysterium mehr gibt, was den ganzen Akteuren noch nicht bewusst ist oder was im Hintergrund rumschwirrt und bis jetzt ist das alles ziemlich on the nose. Also das ist ein bisschen wie bei, wie hieß nochmal, das was alle so geil fanden, was aber nicht so gut war wie Borgen. Lost? Nee, wo der Typ Präsident werden wollte, Kevin Spacey. House of Cards. Ja, House of Cards. House of Cards. Ja, bei House of Cards war es ja auch so, man hat eigentlich nur jemandem zugeguckt, der immer schlauer war. So ein bisschen wie bei Da Vinci Code und so. Ich bin so jemand, ich mag solche Filme nicht, weil es ist nicht so, dass man cool miträtseln kann, sondern der Charakter hat immer eine Lösung oder hat immer so Hintergrundwissen, was wir nicht haben können und löst damit das Problem, aber er ist nie komplett uninformiert und wir haben nicht zum Beispiel irgendwie jetzt noch einen größeren Plot, der dann im Finale irgendwie passieren wird, sondern jetzt gerade schauen wir halt einfach nur, wie jemand immer weiter nach vorne stolpert, also literally eigentlich. Und das ist so ein bisschen, ist okay, aber das ist wieder dieses, für wen ist das und muss es das geben? Und wenn man dann wieder sagt, damit das Mainstream-Publikum die nichts mit Comics anfangen können, ist das ja ein bisschen so, Star Wars ist ja auch Mainstream, aber Leute sagen, das ist nerdy und irgendwie sind wir ja schon lange davon weg, dass irgendwie man sich dafür schämen muss, dass man eine Comic-Vorlage ist. Man kriegt halt nur Comics nicht verkauft. Und ja, irgendwie glaube ich halt nicht, dass die Serie irgendwas machen wird, außer dafür zu sorgen, dass wir nicht vergessen, dass es ja noch The Batman gibt. Ich glaube, dafür ist die Serie da, oder? Also das ist der einzige Grund, warum die produziert wurde. Das ist der Grund, warum die produziert wurden. Wir brauchen viel zu lange. Ja, also wir brauchen viel zu lange. Und wir brauchen Content für Max, das war ja auch die Sache. Die haben einen neuen Streaming-Sender, damals Streaming-Service, gelauncht und es brauchte Content. Und dann haben sie das Ding, haben sie irgendwie den Merger gehabt, Warner Brothers mit Discovery und es ist alles komplett, wirklich so ein riesiger Cluster-Fuck geworden und jetzt existiert die Serie halt. Und wurde zu HBO wieder rüber geschoben und ist gar nicht auf Max. Classic. Absolut. Und jetzt existiert sie und ich denke, wir können jetzt auch direkt mal in die Episode einsteigen, nachdem wir hier schon noch einiges an vorgeplänkelt zur Serie hatten. Das ganze Ding hat verschiedene Laufzeiten und Längen, die will ich auch einfach aus Koronistenpflicht noch ergänzen. Episode 1 hat offiziell den Titel After Hours und Episode 2 heißt Offiziell Inside Man. Wir gehen immer jeweils circa eine Stunde und wir haben hier zu Beginn und ich denke, das ist so ein bisschen auch ein Stück weit ihre Folge, einfach diese Christine Miliotti im Zentrum der zweiten Ausgabe, die Sophia Falkone. und die hat ja, die hat ja einen Dachschaden, oder? Die ist psychisch krank. Ist sie das noch? Ist sie eigentlich noch psychisch krank? Oder, und die Frage stelle ich gleich so direkt, ist sie im Endeffekt sich ihres eventuellen, ich will es gar nicht als Problems nennen, ihrer Situation bewusst und nutzt das aktiv, weil sie in der späteren Szene hier in dieser Folge meines Erachtens sehr proaktiv damit spielt, dass sie alle verrückt halten, um eben Ablenkung zu schaffen. Lieber Heiko, ist die Sophia eigentlich verrückt? Also sie hat auf jeden Fall, sie ist auf jeden Fall troubled, würde ich sagen. Und die Entlassung aus Arkham würde ich als Psychologe, der ich sicherlich wäre in Gotham, würde ich mal ein bisschen verfrüht bezeichnen. Denn die Dame wacht ja auch noch schweißgebadet später auf und hat Flashbacks. Also wir haben auch übrigens in der Szene, wo sie ja auch so eine Art, das ist ja so eine Behandlungsmethode, so eine Art Hypnose, die ja eingeleitet hat, der Therapeut. Und sie wacht da irgendwie schweißgebadet auf, weiß gar nicht, wo sie ist. Und wir sehen schon, am Hals hat sie so ein paar kleine Kratzer. Und ich habe mich da noch gefragt, sind das so Markierungen? Hat die sich selbst versucht zu erhängen? Später sehen wir es dann, sie krallt sich selbst wohl im Schlaf am Hals rum. Vielleicht hatte sie da mal eine Schlinge. Und ich bin mir sicher, das ist so ein Trauma, das werden wir auch noch irgendwann in einer späteren Folge gezeigt bekommen, was eigentlich bei ihr passiert ist, was sie zum Hangman oder Hangwoman gemacht hat. Übrigens, kleiner Funfact, der Therapeut kam mir total bekannt vor und wir haben ihn schon mal in einer anderen Superheldenserie gesehen. Mag jemand von euch raten, in welcher Superheldenserie der Schauspieler Theo Rossi aufgetaucht ist? Nenn uns das Universum. Marvel. Das ist eine Marvel-Serie gewesen. Marvel-Netflix-Serie. Ich muss mich da rausnehmen. Ich habe die Liste gerade vor mir. Ich weiß die Antwort. Es wäre unfair, zu verantworten. Ich lücke mal auf. Luke Cage oder so. Luke Cage, richtig, genau. Ja, wo er auch schon so ein Gangster gespielt hat. Aber der hat die in der Szene auch echt ein bisschen zu gern, oder? Also das ist doch nicht mehr normal, dass man so mit seinen Patienten kuschelt. Ey, das ist doch, ja okay, du musst sie mal kurz fixieren, damit sie mal runterkommen. Aber dass du jetzt, also so Anja, also es ohne Förder quasi kennenlernst, das ist nicht, also sie schnuppern schon aneinander. Das ist nicht normal, oder? Ja, da sollte man sich beschweren. Sie sollte man bei der Krankenkasse melden. Ja, absolut. Absolut. Aber nutzt sie das auch? Also ich meine, wir haben ja nicht konkret ja später diese Szene, wo sie im Keller jemanden foltern lassen und befragen lassen möchte. Und sie möchte gleichzeitig aber nicht mit dem Keller assoziiert werden, weshalb sie in eine größere Runde an Menschen läuft. Dort so sehr auffällig Essen in sich reinstopft, auch ein bisschen, man könnte sagen eklig, aber letztlich einfach nur ohne Messer und Gabel, ich glaube, im Gemüse sich reinpfeift. Und das sieht, sehen alle, alle bemerken das und alle assoziieren, okay, sie ist da, sie ist verrückt, sie isst komisch essen und sie ist jetzt auf jeden Fall hier und eben nicht im Keller, wo gerade der Typ gefoltert wird. Das war der Moment, wo ich mir dachte, okay, die nutzt das auch als eine Art Maske oder eine Art Charakter, ja, also eine Art Selbstdarstellung. Sie weiß, alle sie sich verrückt halten und nutzt das eben auch als Werkzeug. Also ich hatte halt, weil sie hat ja bei dem Dinner-Date mit Korb, Oz-Korb, sorry, ja auch schon so gegessen, also so hektisch. Ich glaube, weil davor war ja so dieser Aufbau, dass alle sie ja so kritisch beachten und die Leute sagen, dass sie gehängt werden soll und alles mögliche, also das Volk. Ich glaube, dass das eher so eine Übersprungshandlung war, also dass sie quasi die ganze, also letztendlich ist sie ja umgeben von absolutem Wahnsinn, also diese ganzen Machtspiele und alles und sie ist halt diejenige, die ja anscheinend auch ein super seltsames Verhältnis zu jungen Frauen hat. Also alle Frauen haben ja Angst vor ihr, weil sie ja Frauen getötet hat. Habe ich das richtig verstanden? Ihr hattet schon gesagt, wir haben keine Untertitel und ich war so, okay, der Hangman hat halt mehrere Frauen getötet, Serial-Killer und dann ist sie so ganz komisch zu der Tochter. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, dass irgendwie, wenn man es nicht besser weiß, jetzt irgendwie so zu interpretieren. Also bei der Tochter, bei der Szene habe ich mich gefragt, ob es so ist, dass ihre Cousine, die erstmal ganz nett zu ihr ist, dann später, dass sie im Endeffekt der Tochter aber schon erzählt hat, geh nicht zu der, zu deiner crazy Tante oder Großcousine oder was auch immer die richtige Bezeichnung ist. Es ist auf jeden Fall sehr unklar, da hast du recht, was überhaupt ihr was überhaupt ihr criminal record ist und warum sie die Frauen umgebracht hat und wie viel davon wirklich nur so Intimidation ist. Ja, also offensichtlich hat sie ja noch was, was sie beschäftigt und irgendwie Albträume generiert, aber aber ja, das wäre ja eigentlich ganz sinnvoll, wenn man so rum die Figur des Hangmans letztlich ein bisschen erklärt und da stellt sich mir dann schon die Frage, ob wir hier nicht wirklich dann vielleicht doch als Vorbereitung für diese Serie nochmal hätten Long Halloween und Dark Victory lesen müssen. Maurice, wie hast du das noch am Start? Wie aktuell ist es noch in deinem Kopf? Verhältnismäßig, aber wäre ja scheißegal, wenn man das gelesen hätte, weil Matt Reeves hätte sich eh nicht getraut, eine Comic-Accurate-Interpretation davon zu bringen und hätte sich aber Teilaspekte davon zu nutzen, das wäre dann schon was gewesen. Ja, ja, klar, aber ich glaube halt am Ende, gerade bei Long Halloween ging es ja auch sehr viel um die Frau von Harvey. Ich glaube halt, was einfach da jetzt gerade gemacht wird, ist, dass wir halt ja neue Charaktere, was ist das neue, aber halt Charaktere haben, wo so ein neuer Spin drauf ist und das ist ja auch die Frage, irgendwas ist ja auch mit Oscar, heißt er ja, der Robin vom Pinguin. Victor. Victor, sorry. Und der Victor, da ist ja auch noch irgendwas, weil er kommt ja aus den Slums und er hat ja auch die Leute Reach noch zu ihm aus, so von wegen, ey, irgendwas ist da und er guckt ja auf diese Missing-Plakate und ich glaube, was ich ja anfangs so bemängelt habe, dass es kein größeres Mysterium gibt, ist, dass so ein paar Sachen jetzt bewusst offengelassen werden, damit wir da noch gespannt sind, was das damit jetzt noch auf sich hat, weil auch, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, es gab im New 52 eine Storyline, die hieß Emperor Penguin und da geht es darum, dass der Pinguin sich halt nämlich auch einen Sidekick dazu holt, weil er sich sehr stark in dem Wider sieht und ihn halt auch dementsprechend so semi-cool behandelt, um ihn so abzuhärten und am Ende übertrumpft dieser Sidekick irgendwann Pinguin, schmeißt ihn aus der Iceberg-Launch und Pinguin muss nochmal von vorne anfangen und zeigt aber am Ende dann, warum er völlig zu Recht so der Criminal Overlord in Gotham ist, indem er sich das wieder zurückholt und ich frag mich halt, was noch mit Victor abgeht zum Beispiel, also weniger bei ihr ist es glaube ich gerade so, siehst du diese Wildcard, weil sie halt so durchdrehen kann, auch in dieser Folter-Szene und wie sie auch auf den Tod von ihrem Bruder reagiert, aber ich finde, für mich ist das viel spannender im Mysterium, ob wir einen gut geschriebenen Victor kriegen und das hoffe ich, dass da noch mehr drin steckt. Einen gut geschriebenen Victor, okay, also du hast mehr Interesse am Sidekick selbst als an der Hauptfigur. Ja, wir wissen ja, wie es mit Pinguin weitergeht, ne, also meine, also der wird halt immer ähnlich, also deswegen wie bei Better Call Saul, er hat so eine Verwandte, die er halt irgendwie liebt, obwohl die halt natürlich eine Liability für sie ist und muss halt irgendwie dafür sorgen, dass er seinen Traum, den er ganz am Anfang der Folge verwirklicht hat, vielleicht irgendwie erreicht, aber natürlich würde es nicht gehen, weil halt Goffin so durchsetzt ist vom Bösen, dass er immer eine Negativversion von seinem Traum werden wird und sich immer im Spiegel angucken wird und sagen muss, das ist halt die hässliche Fratze, die mir diese Stadt gegeben hat und dann muss ich das eben spielen und was passiert halt mit dem Victor, der halt eigentlich jemand Gutes ist, der aus Not heraus was gemacht hat und jetzt da mit drin steckt und wird er auch korrumpiert, also wird er auch ein Opfer Goffims oder nicht, weil ich finde, ich weiß nicht, ob ihr manchmal so auf Reddit so Threads seht, wo man immer so sieht, wenn so Leute irgendwie eine Gas, eine Gas Station, also eine Tankstelle ausrauben und dann irgendwie der Besitzer der Tankstelle dann mit einer Schrutflinte auf die Leute schießt und die Kommentare sind immer so, ah, völlig verdient, das hat er davon, wenn er einfach einen unschuldigen Tankwart ausraubt und so und ich finde, wir Menschen haben ja gerade auch sehr viel irgendwie durchs Internet ein bisschen verlernt zu verstehen, warum macht denn jemand was Böses oder wie kommt das denn dazu, dass jemand mit einer geladenen Waffe jetzt eine Tankstelle ausraubt, ich will jetzt keine Tankstellenräuber hier in Schutz nehmen, aber am Ende ist es ja immer ein mangelndes Sozialsystem und Victor hat ja ganz viele Parallelen zu einem Os und hat aber die Chance, ähnlich wie Robin eine relative Ähnlichkeit zu Bruce hat, also Dick zu Bruce, wird er ja eine bessere Version von Batman als Nightwing und kann Victor ein besserer Pinguin werden, also wird er vielleicht den Traum verwirklichen, den Pinguin immer hatte. Das ist so, glaube ich, das, worauf ich hoffe, dass die Serie damit smart spielt, keine Ahnung, aber es ist auch vielleicht nur Fanfiction. Ich hoffe einfach, dass in der letzten Folge rauskommt, dass Victor gar nicht Victor heißt, sondern dass er einen falschen Namen genannt hat und gefälschten Ausweis oder was auch immer er dabei hatte und er heißt einfach Jason Todd und er ist total abgefutscht am Ende. Absolut. Ja, aber das wäre ja zum Beispiel was gewesen. Wie cool wäre das? Ja, also ich hatte nämlich auch ein bisschen die Hoffnung eben durch dieses, also du kannst halt keine Szene in einem Batman-Medium zeigen, wo Kids Radkappen von einem Auto klauen, ohne dass natürlich sofort alle an Jason Todd denken, die sich irgendwie mit den Comics auskennen. Warum ist das nicht Jason? Also auch da wieder, ne? Also man könnte ja jetzt, jetzt schon voll geil Jason Todd einführen, damit er vielleicht in The Batman 2 vorkommt und alle, die mehr Interesse haben, warum Jason Todd jetzt so ein abgewichster Typ ist, die gucken sich The Penguin an, also das Universum größer machen. Ja, und das wäre natürlich cool, wenn der Penguin dafür verantwortlich wäre, dass Jason Todd so ein Wutproblem hat und so ein richtig, dass der halt so kaputt gemacht wurde, dass wir im Endeffekt ihn treffen als netten, stotternden Jungen und am Ende von der Serie ist der halt ein abgebrüter Asi. Der dann wieder so ein bisschen auf den rechten Pfad geführt werden muss von Bruce. Ja, also das ist unsere Fanfiction. Hat Victor eigentlich in der ersten Folge auch schon gestottert oder ist es nicht erst in der zweiten überhaupt ein Thema geworden? Ne, ne, das ist schon direkt am Anfang, weil er auch seinen Namen gar nicht aussprechen kann. Also das ist, der wird ja dann so konfrontiert und deswegen wird ja dann auch Pinguin so milde. Also, weil er glaube ich halt, er selber ja auch mit einer Beeinträchtigung zu tun hat, weswegen Leute sich normalerweise über ihn lustig machen würden und was man ja sieht, ist, dass Oz überhaupt nicht sich darüber lustig macht. Also an keinem Punkt Das stimmt. macht er sich darüber lustig oder kommentiert das, weil er selber mit seiner körperlichen Beeinträchtigung ja zu tun hat und weiß, was das mit einem macht. Und das soll auch, glaube ich, dass uns als Zuschauer ein bisschen die Sympathie immer geben, weil man muss ja immer so gucken, wie sind Serien geschrieben und es ist ja immer so wie, ah okay, dieser eine Charakter, der hat gerade einen Hund oder eine Frau oder ein Kind geschlagen. das kann sein, dass der jetzt in dieser Folge stirbt. So wie Lost wurde zum Beispiel immer so geschrieben. Ah, jemand macht etwas extrem Sympathisches von den Leuten, die man eh lieb hat, der sonst nie was zu tun hatte. Ah, wahrscheinlich stirbt der. Und warum sollte man sonst auf Oswalds Seite sein? Weil nach The Batman war man jetzt nicht so, oh, cooler Charakter, ich hoffe, dem geht's gut nach dem ganzen Quatsch, dem passiert ist auf der Straße. Und jetzt startet die Serie halt. Dass der dieses Arschloss sein Auto kaputt gemacht hat, und jetzt ist es halt so, okay, Pinguin wird halt vorgestellt, okay, haben wir irgendeinen Bezug zu dem? Ne, alle gucken das halt, weil alle halt diese Prosthetics so mega geil finden, dass man Colin Farrell überhaupt nicht wiedererkennt und dass die aber auch gut aussehen bei Tageslicht, während andere Menschen normal rumlaufen, was wirklich krasse Arbeit ist in meinen Augen. Und dann hast du aber dann bewusst in den ersten zehn Minuten wird einfach dann dieser Sohn von Falcone eingeführt, der ganz klischee-mäßig so ein Arschloch ist, den man natürlich nicht mag, weil der halt sich selber zu geil findet. Und dass Pinguin dann so eine Übersprungshandlung hat und den dann erschießt und danach sagt, ah shit, ist ja sowas so, ah okay, das kenne ich jetzt aus Netflix-Dramaserien, die Preise gewonnen haben. Ich mag also diesen Anti-Helden und immer wieder kriegen wir auch in Episode 2 ja Sachen präsentiert, weshalb man so ein bisschen Sympathie mit Oz hat, weil er noch ein bisschen Menschlichkeit besitzt, während alle anderen sehr zweidimensional sind. Also alle von den Falcons sind ja immer so abgebrühte Leute, die, wie heißen die anderen, Maroni, wie heißen sie, die andere Familie? Maroni, Maroni, genau, die sind auch alle so, die sind ja sowieso lustige Abziehbildchen, so mit der einen Familie, die dann kein Englisch spricht, sondern extra in der anderen Sprache dann sich irgendwie abspricht, mit der Matriarchatin, die dann halt irgendwie da reinspringt und solche Sachen. Also sind alles so Abziehbildchen und es ist noch sehr formularisch, formularisch glaube ich, weshalb ich so ganz viel hoffe, was noch passiert und nach Folge 2 kann ich noch nicht sagen, ich bin super hoffnungsvoll, aber ich will es auch noch nicht aufgeben, weil am Ende ist es gute Unterhaltung, also es war jetzt nicht so, dass ich so das geguckt habe und dachte, ich spiele jetzt noch parallel eine Runde Marvel Snap oder so. Es sind einfach zu viele Dinge drin, die insgesamt, wie ich finde, ganz unterhaltsam sind. Also es sind immer so wieder so kleine Peaks, die mich sehr angesprochen haben. Du hast jetzt gerade gesprochen von dieser Matriarchatin, die Figur heißt Nadia Maroni, gespielt von der von mir sehr geschätzten Sho, hä? Oh Gott, das ist halt in der Runde, Ak-Dash-Loo oder so und die kenne ich halt als The Expanse-Fan total, also spätestens seitdem und das ist eine Figur, die hat auch da eine extrem raue Stimme, die ist da eine sehr hoch angesehene Person mit einer großen Machtposition, eine große Machtstellung, die aber im Zweifel auch mal ins Field geht, um halt eben aufzuräumen und die mag ich einfach. Als ich jetzt die schon in der ersten Folge gesehen habe und ich wusste nicht genau, dass sie ihm da mitspielt und jetzt auch in der zweiten, wo sie einen deutlich größeren Part bekommt, das ist eine von diesen Aspekten an der Folge und generell vielleicht auch an der Serie, die dann wieder so einen positiven Eindruck bei mir hinterlassen, die ich einfach sehr gerne sehe und die ich mag und die hat mir hier auch sehr gefallen, ich fand das einfach total glaubwürdig vom ersten Moment, dass sie hier scheinbar, wenn man so will, die Hosen an hat. Heiko, wie waren deine Eindrücke zu ihr? Ja, ich mag sie auch ganz gerne, also ich glaube, sie ist Iranerin, Shuri Agatilo, aber spielt, glaube ich, in amerikanischen Filmen alles von, ja, alle Ethnizitäten und das macht sie eigentlich auch immer ganz glaubwürdig. Ich finde, ihre Stimme wird mit jedem Film Reibeisen-mäßiger, also ich habe das Level angenommen, wo ich dann so, es tut mir ein bisschen weh, dir zuzuhören, aber du bist so eine tolle Schauspielerin. Ja, ich finde es auch immer schön, sie zu sehen. Ich habe sie zuletzt in Renfield gesehen, wo sie, glaube ich, auch irgendeine, auch irgendeine Mafia-Tante gespielt hat. Das hat mir gefallen. Was ich noch nicht so, da musste ich, glaube ich, das muss ich mir, glaube ich, noch mal ein zweites Mal in Ruhe angucken. Aber vielleicht könnt ihr für mich noch mal kurz diese Szene mit diesem Transport von den Jobs mal kurz erklären. Also wir wissen ja, okay, der Pinguin ist erst im Knast, redet dort mit den Maronis, um da irgendwie quasi den Ablauf zu klären. Und bei der eigentlichen, beim eigentlichen Drogentransport selbst kommt aber einer von den Falcons, dieser Typ, der Michael Kelly gespielt, Johnny Witti, der kommt und sagt, hier fahr mal jetzt doch in diesem eigentlichen Transporter mit und nicht im Auto davor oder dahinter. Und Ossi muss halt kurz irgendwie dann anders reagieren, um A, nicht zu sterben und B, irgendwie so aus der ganzen Sache rauszukommen, dass er mit der gegenüber beiden Familien, für die er letztlich für beide gerade arbeitet, als mehr oder weniger Doppelagent, um da nicht sein Gesicht zu verlieren. Aber ich habe nicht ganz verstanden, was war eigentlich der ursprüngliche Plan und was ist dann letztlich passiert? Könnt ihr mir das kurz wiederholen? Hat ihr das gerafft? Also er hatte das ja eigentlich bewusst alles so eingefädelt, dass er ja, also er wusste, dass die halt überfallen werden, aber dass er halt in dem Transporter fährt, wo halt er relativ sicher ist und er hat sich ja aber dann, als er strafversetzt wurde in das, was halt am ehesten geambusht wird, hat er ja sich dann auch, wie er sich positioniert hat, im Van so hingestellt, dass er halt wusste, er kann nicht direkt erschossen werden und kann halt selber zu Not ja auch noch Leute abmurksen und so und kann danach dann halt die Unschuld, also letztendlich hat es ihm ja schon fast wieder und das ist ja so in der ganzen Serie so, ihm fast wieder in die Karten gespielt, dass jemand versucht hat, ihn ein Beinchen zu stellen und er ist noch besser aus der Situation rausgekommen, weil er noch glaubwürdiger erzählen konnte, ey, ich habe hier versucht, noch die Leute da zu bekämpfen und kann froh sein, dass ich überhaupt rausgekommen bin und bla, also letztendlich war es wieder so ein Plotpoint, der einfach nur zeigen sollte, guck mal, egal in was für eine Situation du ihn bringst, er watschelt da schlauer raus als vorher. Ja, aber nicht, also ich meine, das stimmt, das ist auch so das Ding, was sich glaube ich durch die Folgen auch weiterhin durchziehen wird, auch allein in der Folge passiert es glaube ich noch zweimal weiter, dass der Pinguin in eine Situation kommt, wo er merkt, ach scheiße, es läuft doch nicht so, wie ich es geplant habe und er muss so ganz schnell überlegen, was er stattdessen macht, aber gleichzeitig ist das eigentlich das Einzige oder das Ding, was mich, was so Spannung reinbringt. Okay, er macht einen Plan, der Plan geht schief, er muss einen neuen Plan machen oder er muss irgendwie improvisieren und am Ende von dieser Sache, ja, er hat, also ich glaube die Drops wurden gestohlen von den Maronis, aber es sind natürlich auch ein paar Leute von den Falcons abgeknallt worden, er hat dann irgendwie, er hat ja selber welche abgeknallt und er musste sich ja dann dafür verantworten, also bei diesem neuen Chef der Falcons, der Bruder von, ja, vom toten Falcone, ich weiß gar nicht, Luca heißt der neue, der Onkel, der Onkel, der Onkel von Sophia, genau, der hat ja dann irgendwie ihn nicht mit Lob überhäuft, sondern gesagt so, ja, you've done enough, Oz, also so richtig gut steht er bei denen ja auch nicht da, also Respekt bekommt er von keinem von denen, obwohl er der Right Hand Man war vom Ex-Chef und immer wenn er versucht sich bei Sophia einzuschleimen, haut die ihm ja eigentlich auch nochmal drauf. Oder sägt ihm in den Arm. Die kann ihn ja auch nicht, die kann ihn ja auch nicht leiden, also alle merken, du bist irgendwie ein Schleimer, du bist irgendwie, du hast keinen Status mehr und ich finde das eigentlich immer ganz, also ich mochte das, wie er zeigen kann, er ist jetzt nicht der Typ, der die perfekten Pläne macht und der irgendwie vier Schritte fünfdimensionales Schach spielt und alle anderen raffen das gar nicht, wie er sie manipuliert, sondern er ist der Typ, der eigentlich nur so recht schnell im Moment entscheiden muss, okay, äh, fuck, wie kann ich das noch irgendwie zu meinem Vorteil drehen und das klappt bisher, dass er so in kleinen Schritten vorwärts kommt. Jetzt sagt er nicht irgendwann später auch zu Vic, der dann ja auch für ihn eigentlich einen Auftrag hat, er soll irgendwas stillen aus einem Auto in der späteren Szene, verkackt dann und dann wird halt noch ein Dialog geführt, dass er sich anpassen muss, er muss sich halt schnell, kurzfristig immer anpassen, um zu überleben und quasi oben zu schwimmen, was ja genau das ist, was Ossi hier auch tut, also wirklich, da passieren ja Dinge, die kann er nicht vorhersehen und er schafft es aber, zumindest in den ersten beiden Folgen, hier immer kurzfristig auf die Situation zu reagieren und dann halt eben seinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen, was ja die Figur zumindest in der Serie ausmacht und deswegen wird das schon genau so sein. Ja, ähm, der schafft es hier auch raus und dann, ja, keine Ahnung, dann habe ich hier noch einen zweiten Punkt, den ich ein bisschen spannend finde, wo ich auch noch nicht so genau weiß, wie ich damit umgehen soll. Da gibt es ja diese, oh Gott, wie heißt sie jetzt wieder, unsere Sophia, der, der, der Transport ist, hat nicht geglückt, die, quasi Drogen sind weg und Ossi steht jetzt dem Luca, das ist ja der neue Chef, gegenüber und muss jetzt quasi, es gibt ein Streitgespräch und Sophia kommt rein und die unterhalten sich, sie belauscht die kurz und Sophia sagt, hier Leute, sag mal, euch geht es hier ja scheinbar nur ums Geld und ums Business und nicht mehr so um die Leute und ich hatte bis jetzt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, als wäre Sophia so eine, so eine, so eine, so eine People's Person, als wäre das so eine Person, die sich irgendeine Form von menschlicher Nähe irgendwie hat oder so ein Family Business auf emotionaler Basis betreiben würde, hat mich sehr irritiert, wie ging es euch da? Ja, ich glaube, dass das halt so ein bisschen versucht wird, dass sie der Gegenentwurf zu diesem strategischen, alle sind sehr professionell ist, ne, sie, also dieses Wildcult-Ding, Nochding und dass sie halt ihre Emotionen daher ruhen oder daher kommen, dass sie halt, sie ist ja auch, ihr Wahnsinn kehrt ja deswegen auch wieder zurück, weil halt ihr Bruder, der Einzige, der aus der Familie sich nach ihr erkundigt hat, nachdem sie da nach Arkham gekommen ist, dass der halt stirbt, das scheint sie ja sehr zu beschäftigen, also ne, diese menschliche Komponente und ich glaube, das ist einfach Teil ihres Characters, also dass sie vermeintlich die menschlichste von allen ist und dann nicht nur von Ressourcen redet, sondern von Lebewesen, die dahinter hängen, was auch, glaube ich, ein ganz bewusster Kontrast sein soll zu dem, welchen Ruf sie hat, weil ich, wahrscheinlich wurde sie halt auch, um die Familie zu schützen, auf irgendwelche Missionen geschickt, die sie vielleicht selber so nicht zwingend gut fand, aber machen musste, damit halt alle ein gutes Leben haben können und hat jetzt darunter zu leiden. Ja, vielleicht, jetzt mal eine kleine Prognose in die Zukunft, vielleicht war sie ja auch gar nicht der Hangman, weil vielleicht ist sie ja nach Arkham eingeliefert worden, um jemanden anderen zu schützen oder sie hat sich als der Hangman ausgegeben, um ihren Bruder zu schützen oder sowas, das könnte ja auch sein. Vielleicht hat sie ja gar nicht die ganzen Frauen umgebracht und sie hat ja selber diese Albträume, in denen sie da irgendwie gewirkt wird. Also, das könnte ja nochmal ein Twist sein. Oh, das finde ich gut. Ja, also, ich glaube nämlich auch, das ist nämlich dieses Ding, ich glaube dieses, in den Charakteren müssen wir nach den Rätseln suchen und ich glaube, in Oswald wird es schwierig, also es gibt bei ihm ja noch das Rätsel, was mit seinen Brüdern genau passiert ist und was mit seinem Vater ist und was sowieso mit seiner Mutter ist, außer dass die halt wahrscheinlich dement ist oder ähnliche Störungen hat. Aber ja, also, es gibt keinen übergeordneten Plotpoint, glaube ich, der jetzt eine große Überraschung wird. Also, natürlich sind wir halt gespannt, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, was ist der Sinn der Serie, unabhängig jetzt vom Marketing, irgendwie von The Batman 2, was wird der Status Quo sein? Also, was für mich das Schlimmste wäre und was ja auch ganz gerne mal passiert, ist, dass am Ende einer Serie alle Spielzeuge wieder in die Kiste gepackt werden, damit man genau nahtlos da anknüpfen kann, wo der Film aufgehört hat, damit man bloß niemanden abschreckt. Aber ich hoffe halt, dass wir wirklich mit einem Rise of the Penguin es zu tun haben und dass der Penguin so genutzt wird, wie ihn gute Autoren in den Comics auch nutzen. Weil eine Sache, die ich halt hasse in den Comics und was auch in der Zeichentrickserie nicht gut hingekriegt wurde, ist, dass es ganz oft so war, ey, wir brauchen Informationen über irgendeinen Bösewicht und dann tauchen halt irgendein Robin oder irgendein Batman in der Iceberg-Launch auf, man verprügelt einfach den Pinguin und bricht sie ihm wirklich, also es war gerade, also wir müssen nicht viel über New 52 reden, aber gerade im New 52 war der halt quasi in jeder Woche wurden ihm einmal die Hände oder Arme gebrochen von irgendeinem Batman-Family-Member, damit er dann halt irgendwas verrät. Und das ist so alles, was er geleistet hat, so als Charakter. Und ich hoffe halt, dass wir wirklich mit einem Gotham zu tun haben, es wird ja auch das Wort No Man's Land ja gedroppt in der ersten Folge, was ja auch eine sehr geile Story-Arc war damals, sehr konvolutet, aber cool, dass wir mit einem Pinguin zu tun haben, worauf man sich freut, dass der im zweiten Batman-Teil nicht ein Protagonist ist, aber eben Teil dieses großen Universums, also dass sie halt dann wenigstens, wenn sie schon nicht ganz viele andere Ecken beleuchten, dass wir diesem immer neue Pläne hacken und immer versuchen, irgendwie durchzukommen, dass das gemeistert wird. Ich hätte gerne so ein großes Finale, wo so alles schön dann doch wie so Tetris-Steine zusammenrutscht und ein Feuerwerk dann am Ende gibt am Kreml oder so. Hm. Ja, etwas, ne? Wenn wir sehen. Feuerwerk am Kreml. Das ist ein Game-Over-Bild. Wenn du Tetris durchspielst. Ach, Tetris, ja, 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 ja. Die Älteren werden es noch wissen. Wir sind noch nicht alt. Aber weil du auch gerade nochmal die Familie von Oz ansprichst, ne? Also er bezieht sich doch in einem Monolog auf eine Beerdigungsszene. Ich glaube, der Vater war gestorben und die Mutter war in einem Loch. Ist das richtig? Oder waren das die Brüder? Ne, die Brüder waren das. Die Brüder sind gestorben, die Mutter ist im Loch ein, zwei Tage und plötzlich aus demnächst ist sie wieder am Starten, geht mit ihm tanzen. Weil so war das. Genau, genau. Das waren die Brüder. Da wurde zum ersten Mal erwähnt, dass die Brüder tatsächlich alle tot sind. Aber warum wissen wir noch nicht? Und auch keine... Gefressen von einem gigantischen Pinguin. Das wird sein. Ja, weil das ist ja in den Comics, es gibt ja viele Origins vom Pinguin und eine der neueren Interpretationen ist ja, dass ja Oswald als der Schwächste mit dem Gendefekt, den er halt hat und so, nie an die Spitze der Familien kommen konnte und dass ihn das aber quasi dafür bewahrt hat, in die Zielscheibe von diesen Familienmachenschaften zu kommen. Und nur seine Mutter hatte ihn halt auch lieb. Und auch in den neueren Comics hat er auch dieses sehr weirde, schon fast erotische Verhältnis zu seiner Mutter. Also so dieses, ich glaube, so wie man gerne italienische Mafia-Bosse immer darstellt, dass die ein bisschen zu intim mit ihren Müttern sind. Das hat er halt auch in den Comics. Das fand ich schon ganz cool. Aber ganz kurz, aber der hat so einen megakrassen, ist das ein Italo-Akzent? Also, oder check ich das? Nee, das ist so, bin ich, bin ich. Das ist so ein Jersey, äh, New York, äh, Akzent, den er da macht. Okay. Ja, gut, dann, äh, weil er halt, für mich klang das nämlich, ja, also, ich weiß nicht, Update the Circle geguckt auf Netflix, erinnerte mich sehr an den einen Typen, der auch aus Jersey kam und der war nämlich auch so, ich, sorry, jetzt oute ich mich, dass ich nicht viel Ahnung habe, aber New Jersey hat doch super viele italienische Einwanderer gehabt, oder? Bestimmt. Also, dass da, deswegen habe ich halt das Gefühl gehabt, dass er halt so ein bisschen, äh, ne, 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 in seinem Gerede halt hat, wenn er so ins Schnacken kommt. Also, italienisch höre ich da nicht so raus. Äh, ich glaube, da gibt es, ne, ne, das ist schon so ein, so ein irgendwie New Yorker Ding, was er da macht. Okay. Dann, äh, Verzeihung für meinen Alltagsrassismus an dieser Stelle an alle New Jersey Menschen. Der perfekte Moment, äh, nochmal unser Publikum direkt anzusprechen, schlau, marketingorientiert, wie wir so sind. Wenn ihr das nämlich ein bisschen besser wisst, dann schreibt uns doch gern, das könnt ihr machen auf den Social Media Plattformen eures Vertrauens, das, ich weiß, das schließt sich ein bisschen selbst aus, aber trotzdem könnt ihr mal in die Shownotes gucken, dort gibt es alle relevanten Links zu den beiden Jungs und natürlich auch zum, ähm, Discord-Server des Tele-Stammtischs, unser Community-Hub, da könnt ihr rumkommen und mit uns eine Runde, ja, schreiben einfach, und, ähm, uns auch mal sagen, was wir vielleicht alles für einen Quatsch erzählen oder eben auch nicht erzählen, was euch besonders gut gefallen hat und was euch vor allem noch aufgefallen ist an Dingen in dieser Folge, die wir vielleicht nicht erwähnt haben. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, ist eine neue Figur, die nämlich jetzt hier plötzlich da ist, ein bisschen random, wie ich finde, nämlich ein Polizist, der sich scheinbar bestechen lässt mit Jobs, wird wieder zurück ins Boot geholt, der hat wohl auch schon für den Vater von Sophia gearbeitet und sie ist jetzt am Start, findet ihn in irgendeiner Bar und er kann scheinbar Dinge möglich machen und Leute besorgen und tut das gegen Geld und vor allem auch Drogen und das macht er auch, muss am Ende dann irgendwo so einen Typen herzaubern aus dem Krankenhaus, der da scheinbar eingeliefert war, ich glaube noch aus der Schießerei von diesem Drogentransport zu Beginn, ähm, um halt die ganze Handlung voranzutreiben. Das fand ich ein bisschen random, das weiß noch nicht so genau, wie ich das einordnen soll, also wenn der jetzt nur in der zweiten Folge auftauchen sollte, dann wäre es wirklich ein bisschen sehr quatschig gewesen, wie ich finde. Ist euch der in irgendeiner Form aufgefallen? Ja, das war das, was ich meinte, wo ich so ein bisschen enttäuscht war, dass man sich auch wieder einen neuen, also ich glaube, dass es ein neuer Charakter ist, also weil es gab ja auch eine sehr gute GCPD-Comic-Reihe, die viele Cops eingeführt hat, an denen man sich zum Urteil einfach hätte bedienen können, um auch da wieder so ein bisschen das Universum vielleicht zu bespielen. Ich habe ja auch schon Bullock erwähnt. Ich mag es zwar nicht, wenn Bullock immer so als super krass böse anfangs immer dargestellt wird und dann redeamt er sich total, weil das, was er da ja gemacht hat, ist ja schon schwer zu redeemen. Aber wer hätte es vielleicht auch spannender gemacht in einem Mad Reefs-Universum, also so ein Bullock, der richtig getrieben ist von Drogensucht und richtig bösen Deals mit den Falcons und so. Stattdessen ist er jetzt ein neuer Dude und da wirkt er auch völlig unprofessionell und nicht so wie jemand, der was möglich macht. Also ich war so ein bisschen überrascht, dass der wirklich abgeliefert hat. Er wirkt wie ein Junkie, so ein richtig abgefuckter. Ja. Ja, ja, genau. Und dass der aber dann es total hinkriegt, genau die richtige Person zu finden, war ein bisschen, also klar, er liefert sie auch so ein bisschen ab und sie sind alle so, oh, du hast den jetzt einfach hingebracht, das kannst du doch noch nicht machen. Das gehört aber ja dazu. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob der noch häufiger auftaucht. Ich habe eben auf IMDb gesehen, nur dass halt der Onkel nur in einer Folge auftauchen soll. Das würde mich jetzt stark wundern. Also... Ja, da würde ich ja nicht so viel drauf geben. Die IMDb ist zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf jeden Fall noch nicht gepflegt, das kann man sagen. Das noch nicht drauf erlassen zum mittelten Zeitpunkt. Das ist definitiv so. Ich habe mir auch andere Figuren schon angeschaut, die sind noch gar nicht in der IMDb gelistet teilweise. Aber ich überlege gerade mal, wir können das mal gemeinsam überlegen, welche Figuren auch schon aus der GCPD da grundsätzlich noch in Frage gekommen wären. Also es gibt natürlich noch eine Montoya, aber die ist ja tendenziell immer auf der Seite der Guten. Und auch diese Maggie Sawyer, die gibt es ja auch, die zeitweise, je nachdem welchen Bad Woman Comic man liest, ja auch deren Gefährtin war. Aber gibt es da nicht noch, hieß ja nicht noch Kohen oder Conan oder sowas? So ein Typ, der auch schon in den GCPD Comics immer bestochen worden ist und dann halt eben auch mal Beweismittel hat verschwinden lassen. Ja, oder halt Flash, ne? Ich glaube, der lässt halt vielen aus den Frank-Miller-Comics wäre da halt der passende Charakter gewesen, weil der halt einfach ein Arschloch ist und den man liebt, ihn zu hassen. Weil er halt alles darstellt, was negativ ist. Oder wenn wir irgendwie, weiß ich nicht, Jason Barth, der ja so ein Psycho-Dude ist, was sich dann im Nachhinein herausstellt, dass der so mega böse ist und so. Also es gibt ziemlich viele spannende Charaktere. Oder Chris Ballen, der ja dann wiederum so voll der Straight-Man ist und so. Der wird, glaube ich, später sogar zum Spectre. Naja, egal. Ja, es gibt jede Menge coole Cops oder interessante Charaktere. Coole Cops-Kinder! Ja, Kinder! Polizei ist voll gut. Es gibt keine systematischen Probleme in der Polizei. Nein, ähm, nicht nur... Also in Gotham offensichtlich schon. Das ist richtig beim CCPD, genau. Genau, da ist alles gut, Leute. Das ist keine Parallele zur echten Welt. Ähm, was mir gerade so einfällt, ein Charakter, der eigentlich auch super gut ins Reeves-Universum passen würde, ist ja eigentlich Professor Pick. Weil der halt auch so... Ja, genau. Der ist so einer von den neueren Willens, der halt so edgy ist und halt nur so kleine Kinder entführt und dann so schlimme Sachen mit denen macht. Das ist genau was, finde ich, so... Hey, Matt Reeves, du musst dir gar nichts Schlimmes mehr einfallen lassen. Das ist schon edgy Deluxe. Aber ja. Ja, genau. Ehrlich gesagt, an so einen Professor Pick hatte ich auch gedacht, dass sie den irgendwie zeigen, weil das ist ja auch einfach nur so ein Kerl mit einer Halloween-Maske. Also da musst du ja gar nicht mehr irgendwie so ein super fantastisches Kostüm für den, äh, die ausdenken. Ähm, also Batman hat ja auch so ein paar Slasher-Villains oder so ein Victor Zass oder sowas. Also im Endeffekt all das, was sie halt in der Gotham-Serie damals schon in Scheiße gemacht haben, hätte man jetzt in, äh, zumindest grounded, äh, machen können. Aber, äh, wo du das gerade nochmal sagst, ne? Eigentlich war ja Gotham, war schon The Pinguin, weil der Main-Character von Gotham war, neben Bruce Wayne, war Oswald. Ja. Wir haben ihm genau dabei zugeguckt, was da passiert ist. Ja. Er, wie er nämlich auch das Machtvakuum bewusst kreiert, wie er von Leuten gemockt wird und deswegen halt immer rachsüchtiger wird und sich nach oben arbeitet. Ja. Und dann hat er auf einmal eine Liebesbeziehung zu The Riddler, glaube ich, auch noch. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil CW, wir machen alles spannend. Ähm, aber ja, eigentlich, das kriegen wir einfach nur mit The Penguin, einfach, äh, Gotham auf Edge. Quasi. Geil. Also, edgy finde ich die Serie bisher noch nicht. Also, die ist eigentlich relativ, äh, äh, ja, mainstreamig. Also extrem, wir haben jetzt noch keine extreme Gewalt gehabt. Ähm, das Extremste war tatsächlich diese Szene von Oswald Nackig auf dem Stuhl, weil er extrem haarig war. Aber ansonsten, ansonsten haben wir noch nicht so viel edgy, edgy Content hier gehabt in der Serie. True. Welches Weichung hat überhaupt? Wir haben ja schon so, so eine, diese eine Szene, die dann da jetzt irgendwie auch noch vorkommt, die sich auch, wird ständig gesplittet. Wir sehen die aus verschiedenen Blickwinkeln unterbrochen von anderen Szenen, aber letztlich diese Party bei Ossi in der Hütte. Da kommen dann irgendwie die ganzen Sexarbeiterinnen, nennen wir sie mal, und dann ist da noch der Vic und irgendwie frage ich mich ein bisschen, wofür die Szene eigentlich da ist. Ja, okay, wir kriegen ein bisschen Einblick bei Vic. Wir kriegen raus, dass der irgendwie, halt vielleicht ein bisschen schüchtern ist, dann eben anfängt zu stottern und so. Und dass er halt vielleicht doch nicht so abgebrüht ist, wie wir am Ende der ersten Folge denken. Und wir werden auch noch mal erinnert, dass Ossi diese Fotos von dem einen Buchhalter da von der Mafia-Familie hat, wo er scheinbar seine Frau seit Jahren mit irgendwem betrügt. Oder nee, Quatsch. Das ist die Frau von dem Verstorbenen. Ist das nicht die Frau von dem Verstorbenen, Falcone? Nein, ich glaube, es ist die Frau von Luca. Also so habe ich das auch in dieser Seite. Das ist die Frau des Verstorbenen. Heiliger Witzger, ja, das müssen wir noch mal genauer gucken. Ich hätte nämlich auch gesagt, dass es vom Verstorbenen, Falcone war. Schreibt es in die Kommentare. Ja, genau. Wir werden es dann viel zu spät lesen und unsere Vergangenheit. Ich werde mit Boostergold zurückreisen. Reden wir eigentlich auch noch über die Ankündigung, wer Boostergold ist? Nein, okay. Was ich auch echt krass finde, wenn das Casting stimmt. Filien, oder? Nee, nee. Das hatten ja alle sich gewünscht, dass er das wird. Aber er ist ja Guy Gartner. Was auch irgendwie ganz geil ist. Was super ist. Erzähl mal, wer ist es? Wie heißt er, der auch immer mit Dan Harmon viel macht? Kumail Nanjiani wurde gerügt. Ja, genau. Ja. Ach, der auch bei Marvel viel gemacht hat und bei Ghostbusters. Der in Eternals mitgemacht hat und genau, im letzten Ghostbusters dabei war, ja. Stand-up-Comedian, wenn der auch... Überraschend, sag ich mal. Aber warum nicht? Wenn man den blond fährt, warum nicht? Ja, solange der seine Eternals-Physik hält die nächsten Jahre, was er, glaube ich, macht. Der hat ja extrem aufgebufft. Ja, das Kind kriegt er nicht mehr los, das ist künstlich. Aber diese Sexarbeiterin, da war ich halt auch wieder so ein bisschen so, ah, okay. Wir haben ja, wir kennen aus Frank Miller so diesen Background von Selina, dass er halt irgendwie so gearbeitet hat und so und es gab ja immer irgendwie, auch das zum Beispiel, in den Comics ist es Kanon, dass Batman immer gut mit Sexarbeiterinnen umgeht, was ja irgendwie ganz cute ist und so. Und sie scheint ja aber echt einen Softspot für Oz zu haben. Also sie haben ja offensichtlich Vergangenheit miteinander, aber sie hat halt auch tierisches for the hangman. So, ne? Also, äh, es ist weitere Brotkrum, über die man gerade nur voll viel spekulieren kann, ohne dass man jetzt wirklich sagen könnte, ah, ich verstehe jetzt. Also, letztendlich hat er ja diese Party geschmissen, um halt den Überlebenden so ein bisschen zu sagen, ey, ich kümmere mich um euch und jetzt habt ihr heute noch ein bisschen Spaß und es lohnt sich alles, diesen Lifestyle zu pflegen. Aber, ähm, dann verzieht er sich ja in seinen Schuss sicheren Schlafgemächer und kommt dann zum Schuss. Pardon. Ja, aber alles nur impliziert, ne? Es ist wirklich eine relativ, äh, zahme Serie, was so Sex und, äh, und auch die Gewalt eigentlich angeht. Also, es ist jetzt nicht... Stimmt eigentlich, da hätte man bei HBO Max noch mehr bringen können, ne? Das wäre durchaus wirklich gewesen, wenn wir uns mal an Game of Thrones erinnern, beispielsweise. Ja, ja, aber halt. Ist ja auch die Frage, also, hätte es wahrscheinlich auch nicht besser gemacht. Aber ich fand's halt gut, dass man... Nee. Ähm, ja, ich bin auch, ehrlich gesagt, ne, nach dem Ganzen, wie bei Matt Reeves Batman, wie der ja auch die Leute verprügelt hat, wie der Joker aussah, bin ich ganz froh, dass wir nicht, ah, super hartes Gemetzel kriegen, weil am Ende ist es ja auch wieder so was, jetzt spricht der Vater aus mir, ich find's ja so, ich weiß nicht, wie ihr damals die Tim Burton Batman-Film mitgekriegt hat, ich war noch zu jung und den im Kino zu sehen und ich war, glaube ich, erst alt genug, um einen Batman-Film im Kino zu sehen bei Batman Forever, also genau ab da, wo es richtig zur Sache ging. Und, ähm, aber es war ja trotzdem so, die war, man hat die dann schon mit den Eltern auf VHS geguckt und so und bei einigen Szenen war dann auch so ein bisschen, oh, okay, ich versteh nicht, was da gerade passiert, da reden zu viele Erwachsene und so und es ist auch ein bisschen gruselig. Aber ich find's halt immer ein bisschen schade, wenn man so den Zugang zu der breiten Masse verliert und man merkt ja schon so, The Batman ist auf jeden Fall nichts, was Kinder gucken dürfen irgendwie. Also ich find, das ist so, die Themen, die da behandelt werden, ist auch nichts, was man irgendwie popcornig noch nennen kann. So und es ist okay, dass es das gibt, aber umso hungriger macht mich die Serie eigentlich auf eine James Gunn-Universum-konforme Version von Batman, die, glaube ich, ein bisschen popkultureller wird. Und vielleicht kriegen wir da noch einen Comic-Accurate-Pinguin mit einem Zylinder und einem Monocle. Who knows? Das wäre so für die finalen Szenen, wäre das doch ganz lustig, oder? Also da könnte ich mir das schon vorstellen, dass er dann da nochmal so in Schick mit Monocle die Iceberg-Lounge wieder aufmacht oder so. Ich würd's feiern. Ich will aber, dass die Iceberg-Lounge dann wirklich auch aussieht wie ein Eisberg und mitten auf dem Gotham River ist, damit er da unantastbarer ist. Die alte Iceberg-Lounge ist kaputt nachher. Sehr offensichtlich kaputt wurde ja geschwemmt und die neue ist so ein künstliches Ding, so ein künstlicher Eisberg. Das wär doch nice. Das wär geil. Ich würd's so feiern. Aber das wird nicht passieren. Sagen wir doch mal ehrlich, das wird nicht passieren. Das ist schon wieder zu abgefahren. Aber wie cool wär das, wenn man's halt hinkriegen würde, die Iceberg-Lounge zu machen, ohne dass sie negativ campy ist, sondern dass das cool ist. Weil was ist denn wirklich, wenn jemand sagt, ey, ich mach jetzt halt einfach so ein Treffen, wo halt alle hinkommen können, das ist so neutral ground, und es ist halt alles sehr ice-themed und es riecht nach Fisch oder so, keine Ahnung. Und überall wird Let It Go gespielt. Geil. Ja. Und so Pinguin-Hostessen. Diese kleine Pinguine, die Zigarren, Zigaretten verkaufen. Nice. I'm sold. Ja. Ach man. Pinguinen strapsen. Toll. Was wir da noch sehen, ich will's eigentlich gar nicht, ich will's eigentlich aus einem Aspekt will ich's erzählen. Und zwar haben wir da natürlich diese Beerdigungsszenen. Der verstorbene Bruder wird halt eben jetzt beerdigt, deswegen müssen alle Menschen zusammenkommen, die das halt irgendwie so betrifft. Das ist dieser Trauerschmaus oder wie das heißt. Leichenschmaus, sagt man, glaube ich. Kommen alle zusammen, alles ganz toll und zwar im Anwesen der Falcone-Familie. Und was mir da halt auffällt und da weiß ich noch gar nicht so genau, ich hab's schon in unserem Chat heute geschrieben, das ist halt eine Serie, da hat man sich, glaube ich, was das Budget angeht, jetzt nicht in Unkosten stürzen wollen. Das ist letztlich eine Serie, die, und da haben wir hier ein Beispiel, immer wieder dieselben Sets benutzt, die tendenziell viele Nahaufnahmen von Gesichtern hat und damit auch generell viel Dialoge und Monologe präsentiert. Hier im Keller, wir hatten mal diesen Knast zum Beispiel, wenn er die Maroney-Familie besucht und da als Visitor am Start ist, dass das Ding überhaupt als Knast erkennbar ist, wäre, also im Hintergrund ist halt mal so ein Gitter zu sehen oder so, aber das muss nicht Blackgate sein, das ist auch, wenn überhaupt, ein angedeutetes Blackgate und ich glaube, so haben wir das hier oft, dass das eher günstige Sets sind, die häufig verwendet werden, die Kostüme sind alles andere als teuer, weil sie eben nicht absurde Pinguin-Kostüme, absurde Batman-Kostüme oder sonst was sein müssen, sondern eben letztlich alles Anzüge und das ist eine Serie, deren Budget ist bestimmt überschaubar gewesen und das ist mir hier bei diesen Beerdigungsdingen auf jeden Fall auch wieder aufgefallen, dass das halt alles nicht teuer gewesen ist. Ich will das jetzt gar nicht schlecht reden, weil es muss ja auch nicht teuer sein, aber es fällt mir halt auf, als jemand, der das zumindest mit bedenkt, wenn er Serien und Filme guckt, fällt euch das auch auf und wenn ja, was fällt euch da auf, was denkt ihr dazu, generell auch zum Look der Serie? Also ich finde den Look nicht schlecht, ich finde ihn total okay, er passt zu The Batman, aber ja, mir ist aufgefallen, als dass keine der Figuren wirklich bei der Trauerfeier in der Kirche oder wo auch immer, du hast keine Massenszenen, du hast nur Figuren, die sagen, ja, ja, ich war auch vorhin da, vorhin, als ganz viele Leute da waren, wow, was für ein Spektakel, ja, ich war auch da, ich hab dich nicht gesehen, okay, gut, gehen wir wieder in den kleinen Raum rein. Es ist kammerspielig. Es ist kammerspielig, genau, aber das muss ja auch nicht schlecht sein, ich nehme an, die werden sich ihr Budget auch für ein paar coole Momente aufheben und das wird sicherlich auch noch irgendwie ein paar spektakuläre Momente geben, ich glaube, du kannst heute nicht eine Serie machen, die nur solche Folgen hat, wo irgendwie vier Leute im Raum sind und miteinander reden, da wird schon erwartet, dass es mal eine Folge gibt, die auch auf die Kacke haut und ich glaube, das werden wir hier auch haben, aber ansonsten, ich finde übrigens Sophia Falcons Style, ich bin jetzt kein Style-Experte, muss ich hier gestehen, aber habt ihr auch so den Vibe, dass das alles so ein bisschen all aussieht, so ein bisschen spät 90er, früh 2000er oder so? Ich hab so das Gefühl, man hatte was mit ihr vor, hat's aber nicht genailed. Also und zwar, es ist ja auch so, in Comics gibt's ja oft so, dass auf einmal so eine coole weibliche Person aus dem Nichts auftaucht, die halt auch dadurch besticht, dass die halt optisch einen Style halt hat, der zeigt, ah shit, hier geht gerade was ab, also es ist ja dann so, sehr durch so moderne Mode dann bestimmt oder so, dass das halt sowas ist, was niemand nicht tragen will. Und das hat sie auch, weißt du, sie hat einmal so ein komisches, sah ein bisschen aus wie Squirrel Girl, als sie so diese buschigen Schulterdinger da hat. Ja. Und dann auch am Anfang, also ne, am Anfang hab ich auch gedacht, oh, das hat eine tiefe Bedeutung, dass sie immer was am Hals trägt, hat sie sie ja dann auch, das hat sie ja eben erwähnt, Heiko. Aber das hättest du ja noch mal viel ikonischer machen können, dass sie halt als diejenige, also am Ende ist sie halt Mafia-Mega-Meisterin, wieso hat die nicht einen viel geileren Stylisten, beziehungsweise warum hat die Serie das nicht? Weil man könnte, glaube ich, aus ihr, ich sag mal, ich, ich will es gar nicht sagen, aber man hat ja bei Mooney Fish, hieß sie, glaube ich, bei Gotham, auch versucht, einen sehr krassen Charakter zu erschaffen. Und sie sieht halt jetzt gerade immer noch zu sehr aus wie halt ein Charakter, der halt auch erschossen werden könnte, als jetzt mal blöd gesagt, weil sie halt keine Main-Character- also optischen Merkmale hat. Und naja, vielleicht ist das aber auch alles am Ende nur auch eine Spin-Off-Serie zu How I Met Your Mother und wir verstehen endlich, warum sie so lange weg war und nicht gefunden wurde oder so. Ja. Vielleicht, ja, oder es ist halt einfach auch Tarnung, ein bisschen bieder und konservativ auszusehen, damit eben nicht im ersten Eindruck dieses Irre so durchstrahlt. Als zwar sie versucht, des Wiedereingliederens in die Gesellschaft. Ja, also, ich finde sie ja gar nicht so bieder. Ich finde, sie hat halt so einen Style, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen aussieht. Aber ich weiß auch nicht, aber ich glaube, so wie du gesagt hast, Maurice, sie haben irgendwas versucht, sie haben es aber nicht so 100% genailt, dass man versteht, was sie damit aussagen wollen und auch so ihr Pony, den sie da hat, es gibt mir alles wirklich so 90er-Jahre-Mafia-Film-Vibes und vielleicht ist es einfach das, wo sie anschließen wollen. Vielleicht ist es auch ein direktes Zitat an irgendeinem Film, den man nicht gesehen hat oder den ich nicht gesehen habe. Ja, hatte nur das Gefühl, da wurde was versucht bei der Optik der Figur. Ja. So, ich glaube, ich habe jetzt hier schon, wir haben diverse Sachen auch schon vorgegriffen im Rahmen unseres Recaps. Wir müssen ja auch nicht auf jedes Detail eingehen. Leider gibt es hier, und das ist so was, das ist mir bei der ersten Folge auch schon aufgefallen, es sind eben leider nicht so viele von diesen Easter Eggs drin. Wir könnten uns natürlich nochmal drüber unterhalten, wie kaltblütig das jetzt von Ossi gewesen ist, diesen angeketteten Typen da abzumetzeln. Und naja, im Zweifel sind halt alle Menschen für ihn irgendwie nur Werkzeuge und Mittel zum Zweck. Fandet ihr das brutal? Fandet ihr das schockierend? Also es hat mich nicht schockiert und auch nicht überrascht. Brutal war es natürlich. Aber es war halt auch nicht Game of Thrones mäßig brutal. Also wir haben nicht irgendwie eine Nahaufnahme gesehen, aber man hat schon was gesehen. Es ist okay. Also es war so, ja, das ist halt Gotham und das ist halt der Pinguin und der muss jetzt halt irgendwie improvisieren und worst case tötet er jetzt einfach. Ich fand es dann halt auch irgendwie, ich war ganz cool. dass man nach dem ganzen humanisieren von ihm als Figur ihn auch nochmal so, auch nochmal zeigt, dass er halt eigentlich ein Monster ist. Also Tiefelz in den Gründen ist er ein Arschloch. Er ist ein Mörder, er ist ein kaltblütiger Mörder. In der nächsten Szene maßregelt er ja auch Wick und schmeißt ihn da in das Grab auf die Leichen oder sagt ihm, er soll sich neben die Leichen legen. Nachdem er gerade dieses verdammte Grab ausgehoben hat, was ja auch Stunden gedauert hat. Und wir sehen, okay, nach all diesem irgendwie mit Mama tanzen und irgendwie ganz einfühlsam mit seiner Freundin sprechen. Er ist halt trotzdem ein echter eiskalter Killer. Und das ist auch ganz gut, dass die Serie uns mal wieder so dran erinnert, dass er das halt auch ist. Ja, es ist immer schwierig, wenn immer so Leute so sympathisch werden. Und das ist ja auch ganz oft so, ich finde so Media Literacy ist ganz oft so ein Problem, dass Leute dann immer ganz schnell vergessen, ach ja stimmt, der war ja böse und dann immer so ganz überrascht sind, wenn die dann doch was Böses machen. und deswegen ist es gut, dass das eingestreut wird. Ich war relativ positiv überrascht. Ich habe ganz klischee-mäßig nicht damit gerechnet, dass er wem mal das Messer unterjubelt. Man hätte natürlich gedacht, dass er es bei dem Glatzköpfe-Dude macht, aber dass er es dann bei dem anderen Glatzköpfe-Dude gemacht hat, fand ich ganz cool. Da war ich so, ach, cooler Move. So, zwar ein bisschen out of nowhere, aber fair enough. Du hättest auch damit gerechnet, dass der Johnny Vitti den, dass er sich dann einen auf den Sack kriegt. genau, weil es ja auch, die Serie natürlich auch immer die ganze Zeit so mit so roten Neon-Pfeilen immer, ja, ja, den hat er irgendwann richtig bei den Eiern, Leute, bald ist es soweit. Guck mal, er guckt sich nochmal die Bilder aus irgendeinem Grund an, weil, er guckt sich sicherheithalber die Akte nochmal an, weil, hör mal, man vergisst das auch schnell wieder. So, ja, nochmal Nachhilfeunterricht. Nee, also, das fand ich ganz gut und in all seiner Formularität ist es halt am Ende angenehm, vorausschauend, äh, vorausschaubar, aber halt mit so seinen kleinen Überraschungen, das ist eigentlich ganz angenehm. Deswegen, das war auch das Ding, ich hatte gestern Bock, die dritte Folge noch zu gucken, musste mich aber an unseren Fahrtfinder-Schur erinnern, dass wir nicht vorausgucken, damit wir hier immer frisch klingen. Wir haben das alle geschworen, damals in der Betthöhle. Ja, mit einer Kerze und auch mit der Hand auf der Bibel. Genau. Als die Bilder aus Blut getrunken haben. Ich find's so schön, wie ich das einfach nur ansprechen kann und Maurice weiß sofort, welches Bild ich meine. Ja, was denn wie lange das noch reproduziert wurde, dass halt Batman wirklich die Grayson auf diese scheiß Bibel, also, ey, nichts gegen die Bibel, ihr könnt glauben, was ihr wollt, ist mir alles egal, aber dass das halt, warum Batman ein Kind auf eine Bibel schwören lässt, während eine Kerze im Hintergrund leuchtet. Schön, dass das dein einziges Problem als Kindersoldaten ausbildet. Eine Bibel? Das geht mir zu weit. Es war eine Bad-Bibel. Was glaubt ihr? Wie geht's weiter? Was wird da jetzt noch kommen? Was denken Verhandlungsstränge? Wovor können wir ausgehen? Sehen wir noch mehr? Familienzwists, natürlich, Aufstieg Sophias, was können noch dazu kommen? Also ich glaube, dass wir halt einfach den kompletten Verfall von Sophia sehen, dass sie halt einfach, vielleicht war sie, was ihr eben schon ein bisschen ihr spekuliert habt, dass sie gar nicht der Hangman in der Art war, dass sie es aber komplett wird, also dass sie durch diese Machtspiele oder diesen Intrigen von Pinguin wirklich zu einem ganz, ganz schlimmen Bösewicht wird, also sie wird dazu gemacht, quasi immer wahnsinniger zu werden und wie gesagt, irgendwie ist noch mit Victor irgendwas. Ich glaube, Victor wird irgendwann vor einem großen moralischen Dilemma stehen und dann wird es voll spannend, welche Entscheidungen er trifft. Ja, Victor ist der Einzige, der weiß, dass Pinguins Mutter noch lebt. Er hat ja im Gespräch mit Sophia behauptet, sie wäre schon gestorben und das macht er ja sicherlich, um sie zu schützen, damit niemand weiß, dass das eine Schwachstelle ist und Vic ist eben der Einzige, der sie gesehen hat, der weiß, dass sie lebt. Das heißt, er hat was gegen den Pinguin auch noch in der Hand, also zusätzlich zu dem Ganzen, dass er natürlich weiß, dass er den Falconen-Sohn getötet hat. Ich frage mich, ob das irgendwann nochmal so als Pokerchip eine Rolle spielen wird und ansonsten hoffe ich wirklich, dass Sophia, ich jetzt, nachdem wir vorhin darüber spekuliert haben, will ich das jetzt, dass sie gar nicht wirklich der Hangman war, sondern dass sie für irgendwen nach Arkham gegangen ist und da wirklich die schlimmste Zeit ihres Lebens und ihr Trauma durch, ja, noch weiter verhunzt wurde, weil das würde sie ein bisschen komplexer und ein bisschen interessanter machen als, die ist total verrückt. Das fände ich wirklich ein bisschen traurig, wenn es darauf hinausläuft. Aber glaube ich auch nicht. Ich hoffe, die haben einen etwas interessanteren Ansatz. In der allerletzten Szene, da beschließen ja Sophia und Ossi, dass sie jetzt irgendwie doch zusammenarbeiten wollen. Ein bisschen, ja, ist halt so. Also, wie lange hält diese Zusammenarbeit? Die ist doch so genau fünf Minuten von Wert und dann, dann ist das wieder durch, oder? Wir müssen uns ja mal einfach nur die, wahrscheinlich die Folgentitel mal durchgucken und dann finden wir das heraus. Aber ja, ich glaube, so ein bis zwei Folgen vielleicht. Ja. Also, Sophia will jetzt die Falcons zerstören, Maroni will die Falcons zerstören und, ja, ich bin gespannt, ob das klappt. Also, sie ist auf jeden Fall, sie mag ihn ja auch nicht wirklich. Das ist ja nur eine Zweckehe. Ja. Also, Ossis engere Bindungen zu Frauen sind immer irgendwie immer eher zweckdienlich und wenig emotional geprägt. Das merken wir schon. Ähm, das war für mich trotzdem eine emotional ergreifende Ausgabe der, äh, des Themenstarttischs. Und, ich sage danke, lieber Maurice, lieber Heiko, vielen Dank, dass ihr euch zu später Stunde hier schon mal hingesetzt habt und ein bisschen über die zweite Ausgabe von The Penguin mit uns gequatscht habt, mit mir gequatscht habt und, äh, war voll toll. Und, liebes Publikum, ihr seid wirklich herzlich eingeladen, hier nochmal Vollgas zu geben, sowohl eben auf Social Media, äh, Kontakt zu den Jungs aufzunehmen, ihr müsst da auf jeden Fall Computerspiele kaufen, Bücher kaufen und andere Dinge kaufen, checkt das mal alles aus. Immer Geld ausgeben ist eh immer ganz wichtig. Ihr habt gehört, das sind beides, äh, auch, auch Familienväter, das Geld geht also in die richtigen Hände, keine Sorge. Und, ähm, ansonsten schreibt uns mal auf Discord, was, was, was ihr so haltet, was, was denkt ihr zur Serie, was denkt ihr zur zweiten Folge, was denkt ihr zu dem, was wir gesagt haben. Wir wollen das wirklich wissen und wollen uns wirklich mit euch darüber austauschen. Ja, und ich würde... Vielleicht auch ganz wichtig noch, sorry, nur ganz, weil ich hab so viel gerantet in dieser Folge. Ihr dürft alles das gut finden, was ihr gut findet. Wirklich, jeder darf jede Interpretation von Batman feiern, wie er möchte, solange ihr nicht Sex-Snyder-Sachen gut findet. Da ist alles... Das ist vorbei. Und ich möchte unsere ZuhörerInnen nochmal aufrufen, ähm, macht doch ein bisschen Fanart. Ich würde gerne die Szene sehen, wie der große Pinguin, äh, die Brüder von unserem Oswald Cobb auffrisst. Mach das doch mal. Zeichnet das doch mal und schickt uns das irgendwie über Social Media. Um titter Riesen-Pinguin. Ja. Gute Idee. Das finde ich auch gut. Bis zur nächsten Folge. Genau. Und dann reden wir aber erst in dem Recap zu der, zu den Achtfolgen Podcast, weil, äh, ja, mit dem zeitlichen Versetzen. Aber wir kriegen das schon hin. Aber Fanart immer gern gesehen oder auch ein Fanart davon, wie ich mich in Rage rede, Heiko, äh, sich lachend zurücklehnt und Andi die ganze Zeit, äh, im, im Schnitt sitzt und versucht noch irgendwie die Tele-Stammtisch-Zuhörer an der Stange zu halten. Ähm, ja. Keine Sorge, dir gibt's nicht viel zu schneiden. Die Timecodes sind notiert. Jungs, ich danke euch. Schönen Abend noch. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Vielen Dank.